Die Gruppen der neuen Champions League Saison 23-24, leider die letzte in dem jetzigen Format, wurden ausgelost und dementsprechend werde ich jetzt einfach wie letztes Jahr meine Prediction dazu abgeben. Ich glaube damals habe ich dann letztendlich gar keine Reaction dazu gebracht, hatte aber den ein oder anderen guten Take, was ich noch weiß, wie zum Beispiel Porto als Gruppensieger vor Leverkusen und Atletico. Mal schauen, was ich dieses Jahr richtig haben werde, ich würde sagen wir starten direkt rein, ich mache das Ganze aber auf Freestyle, also ich habe mich darauf jetzt nicht vorbereitet, wie bei den anderen Ligen, die ich alle prognostiziert habe. Einfach freischnauze, was ich denke, ich weiß selbst noch nicht, was ich bei den Gruppen tippe und wir starten mit Gruppe A und ich glaube da tippen eigentlich alle Bayern auf 1, United auf 2, Gala auf 3 und Kopenhagen auf 4. Ich überlege es mir gerade noch so ein bisschen, ich stimme auf jeden Fall zu mit den ersten zwei, Bayern sollte da durchmarschieren, United hat schon noch Probleme, aber qualitativ besser wie der Rest. Gala muss ich erst noch finden mit den ganzen Neuzugängen und Topstars, Kopenhagen ist da hingegen eingespielter und auch besser drauf. Aber dennoch tippe ich jetzt letztendlich Bayern auf 1, Man U auf 2 und Gala auf der 3, Kopenhagen dann auf 4, weil Gala einfach auch mit den Fans und so, wenn man da spielen muss, auswärts in der Champions League, ich glaube das wird auf jeden Fall nicht einfach, auch für Bayern oder United nicht. Dementsprechend tippe ich die jetzt auf 3, können ja dann auch weiterspielen in der Europa League. Gruppe B ist dann für mich unter dem Radar eine meiner Lieblingsgruppen, ist echt von den Mannschaften her sehr interessant, auch von dem Spielstil der Mannschaften. Und ich sehe Arsenal eigentlich klar auf der 1, die werden da durchmarschieren, auch wenn sie lange nicht mehr Champions League gespielt haben. Und dann ist es eigentlich recht offen, da glaube ich, dass jeder von den dreien auf allen drei Plätzen hinter Arsenal landen könnte. Letztendlich muss ich mich entscheiden, dementsprechend Arsenal auf 1, PSV Eindhoven setze ich auf 2, haben einen guten Saisonstart unter Peter Bosz. Dann auf der 3 für mich Sevilla eben, einfach aufgrund des ungeschriebenen Gesetzes, dass sie Dritter werden müssen, damit sie wieder einmal in die Europa League kommen, was einfach ihr Wettbewerb ist. Und Lars dann eben dementsprechend auf der 4, auch wenn ich denen durchaus eine Überraschung zutraue, dass sie hier auch weiterkommen können, sei es als Zweiter oder in der Europa League als Dritter. Gehen wir weiter zur Gruppe C und damit zur Union-Gruppe und das ist halt echt schwierig. Also ich glaube, die meisten haben jetzt einfach Real, dann Neapel, Union und dann Braga. Ich finde es echt schwer zu tippen, also da kann echt alles passieren, auch wenn es eigentlich recht klar sein sollte. Ich tippe jetzt letztendlich Real auf 1, Neapel auf 2, dann Union auf der 3 und Braga auf 4, wie es auch die meisten machen. Aber kann mir das auch echt anders vorstellen. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich ja auch Frankfurt auf der 2 weiter getippt, aber hier finde ich es einfach schwierig. Da ist sowohl Neapel als auch Real von der Qualität zu hoch, als dass ich es irgendwie verargumentieren könnte, dass ich Union drüber packe. Andererseits muss man die auch erstmal schlagen, aber wir werden sehen, was passiert. Auch Braga sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Nun also Gruppe D und da sehe ich Inter Mailand direkt mal recht sicher auf der 1 und dahinter wird es schon recht schwierig. Benfica muss man natürlich erwähnen, sind aber auch deutlich schwächer wie letztes Jahr. Dennoch tippe ich jetzt mal Inter auf 1, Benfica auf 2. Dann Salzburg auf der 3, sind trotzdem Jeisle abgangen als Trainer, gut in die Saison gestartet. Und Real Sociedad dann auf der 4, auch wenn ich denen auch gute Chancen einräume auf Platz 3 oder sogar 2. Also hinter Inter ist es für mich recht offen in der Gruppe, aber ich tippe es jetzt einfach mal so wie eingeblendet. Gehen wir weiter zur nächsten Gruppe mit Gruppe E. Da haben wir Lazio und Feyenoord wieder in einer Gruppe. Die waren ja letzte Saison in der Europa League Gruppe zusammen, bei der ja kurioserweise alle 4 Mannschaften gleich viel Punkte hatten am Ende. Und Feyenoord kam dann als erster weiter. Lazio ist in die Conference League runter. Und generell hat Lazio international irgendwie Probleme, das gleiche auf das Paikett zu bringen wie in der Liga. Deshalb tippe ich jetzt einfach mal Atletico, sehe ich nämlich ganz klar auf der 1. Dahinter auf der 2 dann tatsächlich Feyenoord. Und Lazio tippe ich dann eben auf der 3. Gehen runter in die Euro League. Während Celtic dann eben, zu denen habe ich jetzt noch nichts gesagt. Aber da sehe ich es einfach von der Qualität nicht. Und dementsprechend werden die Letzter. Dann die wohl ausgeglichenste Gruppe mit Gruppe F. 2 Scheichklubs und 2 Traditionsklubs. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sich leider die Scheichklubs durchsetzen werden. Denn PSG und Newcastle haben einfach eine enorme Qualität. Ich tippe jetzt mal PSG auf der 1. Hatten nicht den besten Saisonstart, haben sich jetzt aber gefangen. Gerade mit Mbappé, wenn der dabei ist, werden die einfach einer der Favoriten sein. Und in der Gruppe wahrscheinlich Erster werden. Dann tippe ich auf der 2 eben Newcastle. Die zwar das erste Mal jetzt international dabei sind, seit sehr langer Zeit. Dennoch einfach von der Qualität und von der Spielweise zu abgezockt sind für die Gegner. Und dann tippe ich AC Mailand auf der 3. Und Borussia Dortmund auf der 4. Hört sich jetzt hart an. Aber ich glaube, sowohl von der Kaderqualität hat es Borussia Dortmund hier schwer. Und erst recht von der Spielweise, die aktuell sehr enttäuschend ist, was man da im eigenen Ballbesitz macht. Auch wenn man sagen muss, dass sie sich gegen solche Gegner, glaube ich, besser anstellen würden. Tippe ich sie jetzt einfach auf der 4. AC Mailand auf 3. Haben eigentlich auch eine solide Mannschaft. Aber, ja, wird schwierig. Können auch weiterkommen. Ich tippe sie jetzt mal runter in die Europa League. In Gruppe G geht es eigentlich nur darum, wer 3. oder 4. wird, würde ich mal sagen, mit City und Leipzig vorne gesetzt. Und da tue ich mich aber dementsprechend sehr schwer. Da sehe ich eigentlich die Young Boys aus Bern, wie auch Roter Stern Belgrad, so ziemlich auf Augenhöhe. Ich muss mich jetzt entscheiden und tippe dementsprechend erstmal von vorne City auf 1, Leipzig auf 2. Und auf der 3, ich weiß es immer noch nicht. Ich muss einfach, ey, ich habe echt keine Ahnung. Ich sage jetzt Roter Stern Belgrad auf 3, Bern auf 4. Bin mir aber sehr unsicher. Und dann noch Gruppe H. Barcelona auf der 1, Porto auf der 2, auf der 3. Schachter Donetsch, die ja in Hamburg spielen. Und auf der 4 sehe ich dann Royal Antwerpen mit Trainer van Bommel. Da, ja, das ist für mich, glaube ich, recht eindeutig. Fast das Eindeutigste aus allen Gruppen hier. Außer vielleicht Gruppe A, wobei es da auch ein bisschen eng werden könnte. Deshalb für mich hier ein recht klares Bild. Da sehe ich einfach Basa und Porto ganz klar vorne. Zwischen den ersten 2 und den letzten 2 könnte es noch ein bisschen eng werden. Aber das ist jetzt einfach mal so mein Tipp. Und damit sind wir dann auch schon durch. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von meinen Tipps haltet. Wollt ihr eine Reaction sehen, sobald man weiß, wie es wirklich ausgegangen ist, schreibt es gerne unten rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.